Am allerersten Tag der Krise war man nicht gut, aber ich bin gegangen in die Bank. Hab aufgemacht zwei Projekte auf meinem Rechner, der Boden hat sich bewegt, da hab ich gmerkt, jetzt werd ich krank, urkrank. Der zweite Tag, mein Chef hat müssen weinen, ich hab gespürt am dritten Tag, da muss ich weg, bin rausgefahren mit der S-Bahn bis unter Burgersdorf, und hab mich immer tiefer in den Wiener Wald bewegt. Drin im Wald hab ich zum Reden aufgehört, mein schöner Anzug war, dass viele Geld wert. Ich war gut versteckt, vom Loch ganz zugedeckt, und hab zum Reden aufgehört, zum Reden aufgehört. Hab gelebt vom Regen und von ein paar Schwammerln, hab gesucht einen Spielplatz, wo man schlafen kann, bin immer dünner worden, so wie der Anzug. Der Winter ist ein böser Mann, der Winter ist ein böser Mann. Urbös. Im Traum sind mir erschienen die Kollegen, und meine Mama, sie hat gemeint, du bist ein Weh. Bis heut hat mich die Polizei nicht gefunden, und dieser Opa ist der erste Mensch, den ich von nahem seh. Drin im Wald hab ich zum Reden aufgehört, drin im Wald hab ich zum Reden aufgehört. An Fruchtfahrt kriegt der Anzug war sein Geld wert, zwar nicht schlecht allein, wie ein Käfer unter dem Stein, auf dem Reden aufgehört, zum Reden aufgehört. www.s-s-s-s-s-m-n-n.